Hier ist die Lena, ein ganz tolles Kostüm als Piratenbraut. Genau. Und bist du aus Donsiders? Ja, gebürtig. Und hier, Donsiders, geht's ja richtig rund. Jedes Jahr bei der Sitzung. Und was hast du heute noch so vor? Einen Trinken oder zwei? Top Strack wäre natürlich. Und dein Freund ist ja auch schon dabei. Das ist mein Bruder. Ach, dein Bruder. Auch gut drauf. Ja, immer. Und dein Vater ist auch dabei. So, alle vertreten. Alle vertreten. Dann wünsche ich noch viel Spaß. Und jetzt darfst du noch grüßen. Ich grüße alle, die ich kenne. Und besonders mein Freund und mein Glas. Okay, danke.